1, 2, 3, 4 Baby, you can drive my car Yes, I'm gonna be a star Baby, you can drive my car And baby, I love you Ja, heute ein trauriges Video Das Ende von dieser schönen Folie Habe ich ja viele Videos gemacht Heute das traurige Ende Die Folie kommt ab Es kommt rote Folie Feuerwehrauto dran Oder ähnliches Hier sieht man Ist ein bisschen traurig das Video Alte Leute können nicht so lange stehen Deswegen setze ich mich jetzt Ja, dann haben wir ein nacktes Auto Es kommt ja die Beschriftung Kommt alles ab Wir haben ein nacktes Auto Deswegen dieses Video ab 18 Jahren Ja, und diese Folie Klebe ich dann an mein Fahrrad Ja, heute am 23. Februar 2023 Ein trauriges Video Mein Lieblingswagen hier Ja, da wird die Folie abgemacht Nicht wegschmeißen die Folie Die kommt dann an mein Fahrrad Ja, ja Ich möchte nicht, dass der Schlauch Alles zwischen André liegt Die Kabeltrommel auch nicht Und die Maschine auch nicht Ich möchte sowas hier nicht mehr haben Dieses Dorscheinander Ich möchte sowas hier nicht mehr haben Dieses Dorscheinander Gleich ist der Mercedes-Bus nackt Deswegen dieses Video ab 18 Volljährig ist man doch ab 18 Ich war schon mit 12 volljährig Ja, dann kommt rote Folie drüber Das wird ein Feuerwehrauto Immer ein Kasten Wasser hinten drin Es wurde gerade gesagt Wieviel Wasser habt ihr zum löschen? 1200 1200 Und ich hatte sie entdeckt Also ich mache jetzt keine Werbung für Mineralwasser Aber damit löscht die Feuerwehr So ein nacktes Auto So ein nacktes Auto Ich habe noch eine das mit dem Auto Und ich habe noch ein Bild Ich habe noch ein Bild Wenn ich mir ein Bild Ja 1 10 10 10 10 11 1, 2, 3, 4 Hände hoch, das ist Sachbeschädigung. Ach, gibt es noch andere Sachbeschädigungen, das mache ich gerne. Weg mit der Polizei. Das letzte Stück hier. Letzte Stück. Heiße Sache, ne? Heiße Sache. Also ich würde lieber was anderes ausziehen, anstatt so ein Auto. Also ich würde wem anderes ausziehen, anstatt so ein Auto. Ja, das wäre natürlich Hammer, oder? Ja. Was würdest du gerne? Ja, muss ich schon sagen, kommt ja immer drauf an, ne? Ach so, das ist ja kein jugendfreies Video, kann ich ruhig sagen. Auf 18 plus, ne? Ja, eine Blondine, blaue Augen. Also stehst du auf Blondine, wenn man das so sieht? Ja, ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr, ne? Ah. Eine Blondine, blaue Augen. Oh. 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 also hier haben wir das typische männerauto in blau gibt es aber auch in rot das typische männerauto wie viel ps 300 das typische männerauto wie viel ps 300 eine blondine blaue augen oh 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 1, 2, 3, 4